Die Brücke ist 170 Jahre alt, sie ist 270 Meter lang, sie ist 70 Meter hoch. Wir werden hier, um ein paar Fakten zu nennen, zwei neue Überleitstellen mit fünf Weichen einbauen. Wir haben gegenwärtig schon ca. 40 Fundamente gesetzt für Oberleitungs- und Signalmaste. Die Gerüstbauarbeiten sind ca. 20.000 Quadratmeter und das kann man nur mit einem Gerüst. Also dass die Zubewägung hier schlecht ist, also man kommt kaum anders hin, also muss die Brücke komplett eingerüstet werden. Und das vom Gerüst, von den Arbeitsgerüsten, so benennt man das, dann diejenigen, die hier die Sanierung vornehmen, auch arbeiten können. Die Brücke wird saniert, weil sie mit 170 Jahren in die Jahre gekommen ist und hier diverse Schäden an der Brücke zu verzeichnen sind. Entwässerungsschäden, Risse etc. Wir bauen hier zwei neue Fahrbahnwannen ein, Bahn rechts und Bahn links. Herausfordernd ist natürlich die Lage. Die Zubewägung hier zu dieser Brücke ist kaum gegeben. Also wir können praktisch nur von der Seite Joketa auch straßenseitig zuwägen. Wir sind hier im Naturschutzgebiet und das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Wir haben hier eine Planfeststellung durchgeführt, da war der Denkmalschutz und auch natürlich das ganze Thema Natur- und Umweltschutz, Artenschutz ein großes Thema. Das werden wir auch jetzt während der Baumaßnahme umsetzen. Alle Maßnahmen sind in der Planfeststellung niedergeschrieben und die werden wir auch sozusagen umsetzen. Die zwei großen Bauphasen, wo die Fahrbahnwannen erneuert wird, gehen bis 31. August 2024. Rest Baumaßnahmen planen wir bis Frühjahr 2025 noch ein. Wir werden eindeisigen Betrieb haben in beiden Bauphasen, aber wir bauen ja unter rollendem Rad. Und das heißt, dass im Nachbargleis immer gefahren wird und da wird es kaum Einschränkungen geben. Und das heißt, dass im Nachbargleis immer gefahren wird und da wird es kaum Einschränkungen geben.